Ja, erstmal zur Vorlesung. Also, was ist eigentlich Informationstechnologie? Also, Informationstechnologie ist die Gewinnung, Speicherung und Verarbeitung von Informationen jeglicher Art. Und die enthält sich quasi in drei Ebenen. Das ist zum einen die Infrastruktur, das nennt sich auch Kommunikationsnetze, Dienste, das sind so Betriebssysteme und Anwendungen und Geschäftsprozesse. Also, wir werden uns mit den ersten zwei Themen beschäftigen. Ja, und Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Speicherung, Verarbeitung und Übertragung von Informationen. Ja, und Informatik teilt sich in verschiedene Disziplinen auf. Das ist zum einen die theoretische Informatik, die Wirtschaftsinformatik, Bioinformatik, Medieninformatik, Geoinformatik. In Leipzig kann man irgendwie auch Bibliotheksinformatik studieren, was es auch immer sein mag. Also, es ist immer so die Anwendung von Informatik auf konkretes Feld. Wie gesagt, ich habe Bioinformatik im Master studiert. Das war halt biologische Probleme mit der Informatik lösen. Medieninformatik ist halt so, ja, mit Medienarbeiten. Geoinformatik ist so mit geografischen Systemarbeiten, also mit GPS-Koordinaten zum Beispiel und so weiter. Das gibt es also überall. So, ich werde hier mal beispielhaft auf der Wirtschaftsinformatik eingehen. Das ist, das wird für Informations- und Kommunikationssysteme oder kurz IOK in Wirtschafts- und Verwaltung verwendet. Wirtschaftsinformatik werden Sie vor allem nochmal in der Betriebswirtschaft hören, wenn Sie diese Fachrichtung studieren. Und das Ziel ist es quasi, den Informationsbedarf in geeigneter Form wirtschaftlich zu befriedigen. So ist es so die Wikipedia-Definition. Es ist interdisziplinär, das heißt, es verbindet Betriebswirtschaft mit der Informatik. So als exemplarisches Beispiel. Etwas mehr vertiefen möchte ich die theoretische Informatik. Die theoretische Informatik bietet quasi die Grundlage für die anderen Disziplinen. Weil das ist quasi so, die setzen quasi ganz weit unten an und sind mehr so aus Mathematik-Sicht, wo das betrachtet wird. Da geht es zum Beispiel um formale Sprachen, Berechenbarkeit und Komplexität. Die drei Begriffe sagen Ihnen jetzt vermutlich nichts. Aber die werde ich dann zu gegebener Zeit nochmal ansprechen. Zu dem Algorithmen und Datenstrukturen. Generell wird die theoretische Informatik kein Teil dieser Vorlesung sein. Ein Algorithmus ist generell eine allgemeine Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder einer Problemklasse. Algorithmen kennen Sie primär aus der Mathematik. Und es besteht aus endlich vielen wohldefinierten Einzelschritten. Das heißt, die können in einem Computerprogramm implementiert werden. Und aus einer bestimmten Eingabe gibt es auch eine bestimmte Ausgabe. Das werden wir mit Python nochmal genauer besprechen. Hier ist mal eine visuelle Darstellung für ein Algorithmus. Also Sie haben eine Eingabe, dann passiert irgendwas und dann gibt es eine Ausgabe. Ja, so eine der bekanntesten Personen im Bereich der theoretischen Informatik ist Donald E. Knoove. Der ist 1938 geboren und ist emeritierter Professor an der Stanford-Universität in Kalifornien. Und der ist dafür bekannt, dass er The Art of Computer Programming geschrieben hat, beziehungsweise noch daran schreibt. Und man kann sagen, es ist so die Bibel der Informatik. Dort steht eigentlich alles drin, was man über Algorithmen wissen muss. Oder was generell bekannt ist über Algorithmen in der Informatik. Und das ursprüngliche Ziel von Donald E. Knoove war, er sollte ein Buch über Compilerbau schreiben. Also ein Compiler ist quasi ein Programm. Sie haben ja so einen Quelltext, wenn Sie etwas programmieren. Und der Compiler ist dafür zuständig, diesen menschenlesbaren Quelltext in etwas umzuwandeln, was der Computer ausführen kann. Und über die Verfahren, wie man einen Compiler baut, sollte er ein Buch schreiben. Er hat aber gemerkt, dass die grundlegenden Sachen, die er dafür benötigt, schlecht ausgearbeitet sind in den Buchformen. Deswegen dachte er sich, er weitert das Thema etwas weiter aus und schreibt auch über alle anderen wichtigen Themen. Und nebenbei hat er ein neues Textsatzsystem namens Tech entwickelt. Da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Ja, also die Art of Computer Programming. Die erste Teil kam 1968 raus. Da ging es um grundlegende Algorithmen. Und der finale Teil, wann der rauskommt, weiß niemand oder ob er überhaupt noch rauskommt. Das ist dann Compilertechniken. Bis jetzt hat er veröffentlicht die Bände 1 bis 3 und 4a. Und er plant noch 4b bis d und 5 bis 7. Und Teil 5 kommt vermutlich 2025 raus. Wenn Sie auf sein Alter schauen, könnte das natürlich etwas knapp werden. Das ist so wie bei George R. R. Martin mit dem hier Lied von Eis und Feuer. Dort warten ja auch alle sehnsüchtig auf die neuen Bücher. Und er wird auch nicht jünger. Also ist ein ähnliches Problem hier nur im Bereich der Informatik. Und außerdem ist er ständig damit beschäftigt, seine alten Bücher zu verbessern. Das heißt, er lenkt sich auch noch selber regelmäßig ab. Daher haben nicht mehr viele die Hoffnung, dass hier noch bis Band 7 herauskommt. Und Tech heißt, er war im Prinzip, er war mit dem Textsatz für seine Bücher unzufrieden. Deswegen hat er sich dann erst mal 8 Jahre lang zurückgezogen von 77 bis 85 und erst mal ein eigenes Textsatzsystem programmiert. Und das ist heutzutage auch der Standard für Publikationen in der Mathematik und anderen Naturwissenschaften. Und die moderne Variante, die heutzutage auf vielen Systemen verfügbar ist, ist LaTeX. Was anzumerken, dieses X ist ein griechisches Chi. Das heißt, es wird CH ausgesprochen. Und nicht wie ein X. Deswegen LaTeX. Ich muss noch darauf hinweisen, also einige der Witze auf dieser Seite, wir werden sie erst im Laufe der Vorlesung verstehen. Also erst mal, Donatiknub ist sehr exakt. Das heißt, er möchte, dass kein einziger Rechtschreibfehler oder inhaltlicher Fehler in seinen Büchern ist. Und für jeden gefundenen Fehler bekommt man auch etwas Geld. Er zahlt 32 Cent, das sind 2 hoch 5. Das ist also immer aufs Binärsystem abgebildet. Binärsystem besprechen wir in der nächsten Vorlesung. Er zahlt doch mal 32 Cent, also 2 hoch 5 für kleine Fehler, zum Beispiel Komma-Fehler. Und für inhaltliche Fehler gibt es 256 Cent oder auch umgerechnet ein Hexadezimaler Dollar. Wie gesagt, ich hole die Folie nochmal nächste Woche raus am Ende. Da werden Sie dann alles verstehen, was hier drauf steht. Und 256 ist halt 2 hoch 8. Und diese Checks werden auf eine fiktive Bank namens Sans Serife ausgestellt. Sans Serife ist im Prinzip, das ist Text, der hier ohne diese Serifen sind diese Striche, die Sie manchmal am Ende von Buchstaben haben hier. Solche Kerben. Und eine serifenlose Schrift ist halt Sans ist ohne. Und er hat so eine fiktive Bank, weil er hat festgestellt, keiner löst diese Checks ein. Die rahmen die alle nur ein, weil die es als Ehre sehen, von ihm einen Check bekommen zu haben. Deswegen hat es sich dann nicht mehr gelohnt, da eine richtige Bank zu verwenden. Genau, damit hätten wir das. Und jetzt geht es mal noch, jetzt möchte ich mal noch eine einführende Hochschulnetz geben. Weil sie sind ja jetzt quasi so, weil es geht die erste Woche hier. Deswegen möchte ich mal etwas erzählen, was es hier alles so gibt. Erstmal zum Thema WLAN. Also WLAN ist quasi überall hier verfügbar. Dafür wird hier EduRoaming verwendet. Und das Tolle daran ist, das ist an allen, das ist an fast allen Unis, Fachhochschulen, Forschungseinrichtungen auch im Ausland verfügbar. Das heißt, mit ihrem Login für EduRoaming können Sie sich auch in andere, bei anderen Hochschulen in das WLAN einloggen. Ja, und dort aufs Internet zugreifen. Also quasi in fast jeder Stadt, wo eine Hochschule ist. Und die einfachste Art, das einzurichten, das haben ja einige von Ihnen schon entdeckt, ist dieses CAT-Tool von EduRoaming. Ja, und das gibt es auch für Android. Dort sollten Sie beachten, die App am besten nach der Einrichtung nicht löschen, sonst ist das WLAN auch gelöscht. Und das EduRoaming gibt es auch teilweise am Schwanenteich hier in Midweider, an manchen Stellen und auch im Markt. Und weitere Flächen werden ausgebaut. Das am Schwanenteich ist aber noch recht löchrig, da müssen Sie mal ausprobieren, wo es funktioniert. So, und dann gibt es so einige wichtige Adressen, wo in der Regel die Lehre stattfindet. Also das Häufigste ist Lochwerk R, Opal, das ist das Bildungsportal Sachsen. Das kennen vielleicht einige von Ihnen als Lernsachs, wenn Sie noch in der Schule waren. Und Moodle, das ist so ein freies E-Learning-System. Das heißt, es ist immer etwas verwirrend, sich zurechtzufinden, weil jeder nimmt irgendwas anderes. Ich zeige Ihnen mal kurz die drei Dinge. Ja, fangen wir mit Laufwerk R an. Also Laufwerk R ist im Prinzip einfach eine Verzeichnisliste, wo Leute ihre Sachen hochladen. Meins finden Sie zum Beispiel hier unter cb-kind. Dort habe ich auch nochmal alles online, auch von vorherigen Semestern. Das ist halt Laufwerk R. Dann gibt es so das Bildungsportal Sachsen. Und das ist das hier. Das ist ein E-Learning-System. Und dann gibt es halt noch, ja, Moodle, kennen Sie schon. Und das verwende ich. Ja, also wie Sie zu Laufwerk R kommen, da wechselte ich nochmal zurück in die Präsentation. Also dieser Link hier, das Laufwerk R ist über das Internet erreichbar. Das ist unter diesem Pfad erreichbar. Das heißt nur Laufwerk R, weil es, wenn Sie hier Windows starten, in den Hochschulrechnern, das Laufwerk R ist. Genau, also hier nochmal dargestellt. Laufwerk R habe ich Ihnen gerade gezeigt. Opal ist das hier. Und Moodle ist das hier. Also dort ist auch dargestellt der Pfad, wie Sie zu meinem Modul kommen. Beziehungsweise einfach den Link aufrufen, den ich Ihnen jetzt schon mehrmals in der E-Mail geschrieben habe. Also ob Sie LaTeX benötigen, das kann ich Ihnen nicht sagen. Eventuell werden Sie ein Modul wissenschaftliches Schreiben haben, wo das besprochen wird. Aber bei meinem Modul wird das nicht vorkommen. Ja genau, wenn Sie ein VPN einrichten, geht das auch über einen normalen Windows Explorer. Aber VPN einrichten ist manchmal etwas problematisch. Funktioniert nicht bei allen. Ja, und was gibt es noch so für Adressen? Also zum einen E-Mail haben Sie schon gefunden. Bei setup.hsmitweider.de können Sie das Passwort ändern und Ihre aktuelle Speichernutzung sehen im Hochschulnetz. Und dann gibt es noch die Hochschulbibliothek. Die ist unter hsb.hsmitweider.de verfügbar. In der Hochschulbibliothek können Sie auf viele digitale Werke direkt zugreifen. Das zeige ich Ihnen mal noch hier. Genau, das ist die Seite der Hochschulbibliothek. Und dort können Sie klicken auf Primo Rechercheportal. Und von diesem Primo Rechercheportal aus können Sie auf viele Online-Bücher, können Sie viele Bücher direkt digital zugreifen. Für diese Bücher brauchen Sie aber auch einen, wenn Sie von zu Hause aus darauf zugreifen, benötigen Sie da aber auch einen VPN-Zugang. Was dieser VPN-Zugang ist, da habe ich auch noch eine Folie dazu. Und das wird im Wiki der Hochschule erklärt. So, und was es auch noch gibt, wer es noch nicht kennt, ich habe mir die, wurde gesagt, der ist öffentlich, deswegen teile ich hier auch den Link. Ich gebe mir jetzt mal eine Minute. Es gibt auch einen Hochschuld-Discord, der nennt sich hsmw-community. Und ja, das hier ist, dieser QR-Code hier ist der Zugang zum Discord. Ja, und das war ja gerade schon Thema. Wie kommt man von außerhalb auf die Hochschuldienste drauf? Also die meisten Dienste sind aus Sicherheitsgründen nur hochschulintern erreichbar. Und die Lösung dafür ist ein sogenanntes VPN. VPN ist quasi ein virtuelles Netzwerk über das Internet. Und da ist es dann so, als würden Sie Ihrem PC in der Hochschule direkt ins Netzwerk anstecken. Wo halt eine virtuelle Kabelverbindung, kann man sagen. Und wenn das aktiv ist, gut, das ist nicht mehr, mit dabei gibt es da zwei VPNs. Eins leitet den kompletten Internetverkehr über die Hochschule und das andere leitet nur Hochschuldatenverkehr über die Hochschule. Sie nehmen am besten die zweite Lösung. Ja, und die Anleitung dazu finden Sie hier auf der Hochschulseite im Wiki. Die können Sie also einfach mal dann mal im Anschluss an die Veranstaltung mal durcharbeiten und dann mal schauen, ob bei Ihnen das VPN zu Hause funktioniert. Ja, also bis jetzt hatte ja noch keiner von Ihnen bei mir Präsenzpraktikum. Also wenn Sie einen Hochschulrechner anschalten, abgesehen von der Bibliothek, dort ist nur Windows drauf, sehen Sie so einen Boot-Dialog hier mit Goop. Und dort wird Ihnen angezeigt Windows oder Linux. Und Sie wählen dort quasi Linux dann aus. Aktuell ist momentan 18.3 mit Codename Silvia. Und das ist Linux Mint. Linux Mint nutzt immer Frauennamen als Versionsnamen. Und mit jedem neuen Version wird der Buchstaben 1 erhöht. Ich glaube, momentan wird auch auf MINT 20 aktualisiert hier an der Hochschule. Und das hieß dann, glaube ich, Codename ULISA. Also T und dann U. Ja, und wir werden ja mit der Linux-Konsole arbeiten. Das ist ja auch das, was wir eingerichtet hatten. Eben während des Praktikums. Ja, also wenn Sie Windows starten sollten, werden Sie verschiedene Laufwerke sehen an jedem Hochschulrechner. Das ist zum einen Laufwerk D. Das ist ein lokales Laufwerk. Das heißt, die Daten da drauf sind nur an diesem Rechner verfügbar. Das sollten Sie also eher nicht verwenden. Laufwerk I. Das ist das Laufwerk, was hochschulweit verfügbar ist. Das heißt, egal wo Sie sich verbinden, Sie können immer mit dem Laufwerk I auf die Daten da drin zugreifen. Das ist Ihr privater Bereich. Und dann gibt es zum Beispiel noch Lehre. Das ist Laufwerk R. Dort finden Sie halt die Inhalte von Laufwerk R. Das ist das, was ich ja vorhin schon über die Website gezeigt hatte. Und dann gibt es noch ein paar andere Laufwerksbuchstaben. Die werden Ihnen aber in der Regel nicht angezeigt, weil Sie kein Mitarbeiter sind. Für Sie gilt D, I und R. Beziehungsweise wir nehmen ja sowieso Windows. Entschuldigung, wir nehmen ja sowieso Linux. Und bei Linux gibt es keine Laufwerksbuchstaben. Dort gibt es nur eine Wurzel. Das ist das Slash. Und von dort aus werden die anderen Laufwerke angesprochen. Und zum Beispiel Tilde ist Ihr Linux Home Verzeichnis. Das ist auch hochschulweit verfügbar, aber das sollen Sie nicht mit dem Windows Home Verzeichnis verwechseln. Also es gibt zwei verschiedene Home Bereiche. Die können aber beide gegenseitig zugegriffen werden. Und sind auch von außerhalb mittels VPN erreichbar. Das ist im Wiki erklärt. Ja, und hier sind die Pfade, wie Sie von Linux aus auf Windows zugreifen. Mittels Slash Homes Slash Ihr Nutzername Slash Win. Und Laufwerk R ist unter Slash Home Slash Ihr Name Slash Lehre dargestellt. Genau, da habe ich jetzt mal noch zwei Videoclips, die mal zeigen, wie das System gestartet wird. Die hatte ich ursprünglich für letztes Jahr erstellt, weil dort die Hochschule zu war. Aber ich spiele den jetzt trotzdem mal ab. Ja, also wenn Sie den Rechner anschalten, sehen Sie in der Regel sowas hier. Also irgendwas mit Intel, das ist ja der Hersteller. Dann kommt hier sowas wie StartPXI. Das ist so der, das versucht jetzt über das Netzwerk zu starten. Und sobald das Netzwerk gestartet hat, kommt ein Dialog wie dieser hier. Dort können Sie zwischen Linux und Windows auswählen. Achtung, hier ist keine Maus verfügbar. Das heißt, Sie müssen mit den Falltasten auswählen. Und hier habe ich jetzt mal beispielhaft Windows gestartet. Ja, und dann wird ganz normal Windows hochgefahren. Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes. Da spule ich mal ein bisschen vor. Kennen Sie alles? Dann ganz normal mit Ihren Hochschuldaten einloggen. Ja, und dann ist schon Ihr Windows-System quasi verfügbar mit den ganzen Laufwerken wie I und K und R. Genau, also das ist jetzt nichts Besonderes. Das ist der Windows-Teil. Und jetzt noch der Linux-Teil. Ja, also auch erst wieder hochfahren, bis hier dieser Boot-Dialog kommt. Wie gesagt, in der Bibliothek gibt es den nicht. Da startet immer Windows. Dann wählen Sie das Linux aus, wo aktuell dahinter steht. Das ist momentan 18.3. Das können sich irgendwann mal auf 20 ändern. Genau, und dann wird das Linux quasi über das Netzwerk gestartet. Das heißt, das dauert etwas länger, als Windows zu starten, weil es wird zentral heruntergeladen. Genau, und sehen Sie hier ganz viel bunten Konsolentext durchlaufen. Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Das ist alles vollkommen in Ordnung. Sie sehen auch, da steht überall grün OK dahinter. Also es funktioniert auch alles. Und das sind quasi die Diagnosedaten, die Linux anzeigt, während das hochfährt. Es ist quasi so wie bei Windows, wenn hier diese Kreise drehen beim Hochfahren. Nur, dass Sie halt hier direkt sehen können, wenn irgendwas schief geht. Und bei Windows, ja, kann man es halt nicht direkt sehen. Es ist halt ein anderes System. Genauso, bei der Hochgefahren ist, sehen Sie hier einen Login-Bildschirm. Dort geben Sie ganz normal Ihre Hochschulbenutzernamen und das Hochschulpasswort ein. Genau, dann dauert es einen Moment, bis es eingeloggt ist. Und dann sehen Sie hier, ja, Ihren Desktop. So, das Hintergrundbild, was Sie dann bekommen, ist natürlich ein anderes. Das ist jetzt das, was ich gewählt hatte. Ja, von da aus können Sie dann eigentlich auf alles zugreifen. Genau, und da haben Sie hier ganz normal einen Dateiex-Besucher, wie immer. Und das ist dann eigentlich, wenn Sie so grafisch navigieren, ist das dann fast so wie unter Windows. Da gibt es fast keine Unterschiede mehr. Diagnosedaten anschauen. Wenn Sie sagen, ja, das geht, dazu müssen Sie die Pause-Taste auf Ihre Tastatur drücken. Also zumindest unter Linux. Also wenn Sie in Präsenz kommen, dann müssen Sie Ihren eigenen Rechner nicht mitbringen. Wir arbeiten ja da mit den Hochschulrechnern und dort ist schon alles drauf. Und bei WSL-Fragen wir am besten mal eine E-Mail schreiben, damit wir das noch lösen können. Genau, also jetzt haben Sie mal auch den Startvorgang unter Linux und Windows gesehen hier an der Hochschule. Den werden Sie ja spätestens nächste Woche leicht miterleben, wenn Sie dann zum ersten Mal vor einem Hochschulrechner sitzen. Und jetzt möchte ich Ihnen noch abschließend einige allgemeine Hinweise geben. Ja, erstmal zum Thema sichere Passwörter. Es ist jetzt ein bisschen so im Bereich IT-Sicherheit. Ich finde, das sollte man vielleicht direkt am Anfang besprechen. Ja, also ein sicheres Passwort. Es geht so acht Zeichen. Ich sage mindestens zehn. Je länger, desto besser. Buchstaben zahlen Sonderzeichen, wissen Sie auch vermutlich. Und Sonderzeichen erhöhen generell die Passwortsicherheit enorm. Da in der Regel die Passwörter, da vorher nicht bekannt ist, ob da Sonderzeichen vorkommen, wenn Sie Sonderzeichen drin haben, ist das Passwort generell sicherer. Und regelmäßiges Ändern des Passworts wird nicht empfohlen. Das sorgt meistens dafür, dass Sie Klebezettel mit Passwörtern am Monitor haben oder einfach nur laufende Nummern an das Passwort ranhängen. Also wir werden in Präsenz gar nicht mit Windows arbeiten. Wir werden Linux starten. Das Windows habe ich Ihnen nur mal gezeigt, dass es das auch gibt. Aber hier in unserem Modul machen wir nur Linux. Ach ja, und was Sie ja immer mal haben, so etwas wie Sicherheitsfragen, wie der Name Ihrer Mutter. Dort sollten Sie auf keinen Fall den Namen Ihrer Mutter eintragen, sondern auch etwas, was wie ein Passwort aussieht. Der Grund ist ganz einfach. Die Sicherheitsfrage ist meist so der unsicherste Teil von allem, weil die Sicherheitsfragen kann jemand anderes in der Regel leicht herausfinden. Und mit der Sicherheitsfrage kann man auf das Passwort ändern und sich irgendwo einloggen. Deswegen ist es auch besser, Sie nennen Ihre Mutter einfach, wenn Sie gefragt werden, AD7X-5 Dollar. Und so einen Effekt hatte ich mal. Ich habe so eine DHL-Packstationskarte hier für Mittweiler. Und da wurde mir mal die falsche PIN angezeigt. Und da wurde ich bei der Packstation gesperrt. Da musste ich bei der Hotline anrufen und auch diese Frage, ich glaube, Name der Mutter beantworten. Und da musste ich ein 30-Zeichen-Passwort-telefonisch durchgeben. Also den Support, der musste auch kurz lächeln, als ich es durchgesagt hatte. Aber es funktioniert. Und dann habe ich meine Karte wieder freigeschalten. Also ich finde, das erhöht die Sicherheit, wenn Sie sowas machen. Ich meine, so oft brauchen Sie die Sicherheitsfrage ja nicht, außer für solche Sonderfälle. Genau, also generell gilt, wie gesagt, das Passwort wird sicherer, je länger es wird. Und in der Regel wird überall nicht das Passwort selber gespeichert, sondern ein sogenannter kryptografischer Hash. Kryptografischer Hash bedeutet quasi, eine mathematische Funktion angewendet wird, eine sogenannte Einwegfunktion. Und das Passwort wird quasi ein Zahlencode. Und dieser Zahlencode kann nicht zurück in das Passwort gerechnet werden. Das ist so die Idee. Ach ja, weil ich Sie gerade sehe, also ein Passwort sollte natürlich auch irgendwie so gewählt sein, dass man es schreiben kann. Also dieses AE ist zum Beispiel meist nicht auf der Tastatur. Das ist natürlich auch kein gutes Passwort, weil man sich dann nirgendwo einloggen kann. Genau, es gibt quasi drei Möglichkeiten, Passwörter zu knacken. Wenn jemand an den Passwort Hash herankommt, das ist zum einen Brutforce. Brutforce heißt also hohe Gewalt. Es werden einfach alle Kombinationen durchprobiert. Das ist sehr langsam und in der Regel nicht praxistauglich. Dann gibt es sogenannte Wörterbuchangriffe. Das heißt, es werden einfach die häufigsten Passwörter aus Passwortlisten durchprobiert. Das bedeutet auch übrigens, Sie sollten auf keinen Fall dieses Passwort hier mehr als verwenden, was ich hier angezeigt habe, weil dieses Passwort ist hiermit öffentlich und wird vermutlich auch irgendwann in Wörterbüchern von Passwörtern mit drinstehen. Also alle Passwörter, die irgendwann mal öffentlich sind, gelten als verbrannt. Die dürfen Sie nicht mehr verwenden. Egal, ob Sie sicher aussehen oder nicht, weil in diesen Wörterbuchattacken werden halt alle öffentlich bekannten Passwörter ausprobiert. Ja, und ein anderer Angriff ist Phishing oder Social Engineering. Das sind so gefälschte E-Mails oder Telefonanrufe, um an Passwörter zu kommen. Also jemand ruft an, gibt sich für Ihre Bank als Bankmitarbeiter aus und fragt Sie nach dem Passwort. Das ist erschreckend effektiv. Ja, und dann gibt es noch einen weiteren Angriff, das ist so Variante 4. Also wenn Sie sich natürlich bei irgendeiner Regierung besonders unbeliebt machen, helfen vermutlich auch sichere Passwörter nichts, weil die haben andere Möglichkeiten, an das Passwort ranzukommen. Dieser X-Casity-Vorschlag ist hier einfach für 5 Dollar, solange auf jemanden draufhauen mit dem Schraubenschlüssel, bis er freiwillig das Passwort herausgibt. Also wenn Sie sich bei irgendeinem Staat unbeliebt gemacht haben, hilft Ihnen auch ein sicheres Passwort nicht mehr. Aber das ist wohl ein Fall, der wohl eher weniger bei Ihnen auftreten wird. Genau, und ganz wichtig ist, kein Passwort mehrmals verwenden. Und wenn Sie faul sind und ein Passwort gerne mehrmals verwenden, dann wenigstens verwenden Sie nicht das Mail-Passwort oder das Online-Banking-Passwort mehrmals. Also nutzen Sie nicht die Passwörter für ganz wichtige Sachen, auf keinen Fall dort die gleichen Passwörter verwenden. Weil sobald jemand das Passwort für Ihre E-Mail hat, dann ist der quasi überall drin, weil er kann dann einfach überall auf Passwort vergessen klicken und kommt überall rein. Also das ist dann die totale Katastrophe. Ich empfehle Ihnen einen sogenannten Passwort-Manager zu verwenden. Und das sind so Programme, da haben Sie ein Master-Passwort, mit dem die Passwort-Datenbank verschlüsselt wird. Und dann verwaltet dieses Programm quasi Passwörter. Damit können Sie ganz einfach für jede Webseite ein langes Passwort generieren. Und wenn eine Webseite gehackt wird, dann können Sie einfach das Passwort ändern, müssen sich keine Sorgen machen, dass das Passwort noch irgendwo anders verwendet wird. Ja, und jetzt könnte man natürlich sagen, das Passwort ist ja gehashed und mein Passwort hatte 20 Zeichen. Warum sollte ich das dann ändern? Naja, also das Problem an IT ist, die Systeme sind alle total komplex und keiner blickt mehr richtig durch. Da gab es natürlich so einen Bericht hier für Facebook, hat ein Jahr lang Millionen Passwörter im Klartext in irgendwelchen Protokolldateien abgespeichert. Und die meinten dann, ja, das ist ein Versehen, passiert halt mal. Aber wir sind uns ganz sicher, niemand hat die Passwörter jemals gesehen. Sowas sieht man halt häufiger. Deswegen empfehle ich, verwenden Sie am besten über ein anderes Passwort. Oder auch ganz aktuell, das war genau diese Woche passiert. Da hat jemand bei Twitch, die wissen noch immer nicht, wie das passiert ist, bei Twitch quasi alles rausgetragen. Also einmal den kompletten Quelltext vom ganzen internen System. Die ganzen Nutzerdatenbanken mit Passwörtern. Das heißt, ich habe mein Passwort auch erst vor kurzem auf Twitch geändert, und zwar gestern. Sie sollten ihr Twitch-Passwort am besten auch einmal ändern. Ja, und zudem sind auch so Sachen drin, wie wie viel hat jeder Streamer im Monat verdient. Das finde ich jetzt eher weniger interessant. Ja, aber ich kann mal sagen, da wird vermutlich jetzt noch häufiger was sein, weil sobald der Quelltext offen ist, wird man dann noch weitere Sicherheitslücken finden. Also ich denke mal, da wird noch kein Ende jetzt in Sicht sein. Das wird noch über Wochen gehen. Und das sieht man halt ständig, dass irgendwo Daten herausgetragen wurden. Man könnte also sagen, wir haben IT-Sicherheit nicht im Griff. Ja, und etwas, was erschreckend effektiv ist, ist der Phishing. Phishing verfolgt meist via E-Mail, und da werden Sie quasi mittels speziell formulierter E-Mails auf gefälschte Webseiten geloggt. Und dort wird versucht, ein Passwörter von Ihnen abzugreifen. Also irgendwie sowas wie von der Bank, ja, Ihr Konto ist gesperrt, bitte gehen Sie auf diese Webseite und geben Sie dort Ihr Passwort ein und die nächsten fünf Tants. Und das Ziel ist sowas wie Identitätsdiebstahl, also wenn die Ihr E-Mail-Passwort haben, können die sich quasi an Ihr Adressbuch weiter verschicken und dann dort weitere Passwörter abgreifen, weil die denken, ah, den kenne ich doch, der ist vertrauenswürdig. Man kann Konten, oder die wollen Konten blündern, wollen Spam, also Werbung verschicken und so weiter. Und Phishing ist hier auch an der Hochschule, also Phishing ist ein generelles Problem, passiert hier auch an der Hochschule. Und die generelle Schutzregel für Phishing gilt, keine seriöse Firma erfragt jemals über Mail oder Telefon Ihr Passwort. Die Ausnahme ist sowas wie, Sie rufen bei Ihrer Bank an und Sie werden nach Ihrer Telebanking-Pin zum Beispiel gefragt, das wird unabhängig von Ihrem Passwort. Das ist dann wieder was anderes. Also wenn Sie anrufen und Sie werden nach einer bestimmten Sicherheits-Pin fürs Telefon gefragt, das ist in fast allen Fällen okay, aber Sie werden in der Regel nie angerufen und nach einem Passwort gefragt, das macht niemand. Das ist auch bei der Hochschule so, also das Rechenzentrum wird da Sie nicht nach einem Passwort fragen. Also wenn Sie auf die Link klicken, wird es nicht abgegriffen, das zeige ich Ihnen gleich, was da passiert. Ja, erstmal möchte ich Ihnen mal kurz zeigen, wie hier so sichere Login-Felder aussehen. Also das hier ist der Standard Hochschule Single Sign-On. Der ist immer über login4.hasmitweiter.de. Also generell, wenn es nicht hasmitweiter.de ist, ist das in der Regel eine Fishing-Seite. Also sollte auf jeden Fall immer hasmitweiter.de drin stehen. Und der normale Single Sign-On ist irgendwas mit Login. Und der sieht so hier aus. Also so, das wäre jetzt die einfache Regel, aber dummerweise gibt es noch ein paar andere Login-Felder, wo Sie auch Ihr Hochschule Login eingeben sollen. Das ist zum einen, den hier kennen Sie auch, das ist Jupyter. Das hat diese Adresse hier. Dort können Sie auch Ihre Login-Daten eingeben. Das verwenden wir ja immer mal. Und das dritte, was es noch gibt, ist Outlook. Das sieht leider auch anders aus. Das ist das hier. Das ist also xc.hasmitweiter.de. Also man kann sagen, die Regel ist, wenn hasmitweiter.de drinsteht, ist es mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Phishing, insbesondere wenn es hasmitweiter.de ist und dieses Login-Formular hier dasteht. So, mal Beispiele für abgreifen. Ich gehe mal ein bisschen vor. Genau, das hier ist zum Beispiel, Sie haben eine Werbemail bekommen, Sie haben eine Phishing-Mail bekommen und dann werden Sie auf so ein Webformular hier weitergeleitet. Ich hatte leider gerade kein besseres. Das hat natürlich Haufen Rechtswebfehler und sowas drin, aber Sie, mich erstaunt ein bisschen, aber Sie wollen nicht wissen, wie viele Leute auf so ein stümperhaftes Webformular reinfallen und dort freiwillig Ihr Hochschull-Login eingeben. Wir hatten erst so einen Fall vor kurzem, da sind mindestens 40 Leute oder so drauf reingefallen. Vielleicht möchte ich Sie auch sehr darauf hinweisen, also wenn Sie sowas hier sehen, nach dieser Vorlesung möchte ich Sie nicht in irgendeiner Liste sehen von Leuten, die auf Phishing reingefallen sind, im Kontext der Hochschule. Also die ging quasi, so und wie sehen die E-Mails aus? Weil die Frage ist noch, was ist mit Zwei-Faktor? Na, wenn Sie Zwei-Faktor haben, dann bringt natürlich das Passwort dem Angreifer nichts, also der kommt zumindest nicht rein. Selbst wenn Sie es dort eingeben, Sie sollten das Passwort im Anschluss aber natürlich trotzdem ändern. Aber bei Zwei-Faktor kann nichts passieren eigentlich, solange Sie den zweiten Faktor nicht auch mit beim Phishing freiwillig eintragen. Das ist ja meist bei Online-Banking-Sourcern, die beim Phishing noch die TAN haben wollen. Manche tragen die dann halt auch mit ein, dann hat man halt Pech. So, hier ist mal ein Beispiel für Phishing. Also Sie sehen, da ist schon vorher einer von der Hochschule Mitweider auf das Phishing hereingefallen und die haben eine Hochschuladresse genutzt, um das weiterzuleiten. Achso, und der Passwortmanager von Apple, ja, der ist geeignet. Also die beim Betriebssystem Mitgelieferten sind eigentlich alle geeignet. Genau, also hier ist einer von der Hochschule auf Phishing reingefallen und im Namen dieses Hochschulmitarbeiters wurde dann hier Phishing verschickt. In dem Fall, Ihr Postfach hat das Speicherlimit überschritten. Klicken Sie hier, um Ihr E-Mail-Konto zu aktualisieren. Dann sehen Sie so ein Webformular und dort sollen Sie dann quasi Ihre Hochschul-Login-Daten eingeben. Wie gesagt, wenn Sie da draufklicken, ist das in 99% der Fälle, wenn da nicht gerade auch eine Sicherheitslücke ausgenutzt wird, komplett harmlos, da passiert gar nichts. Machen Sie einfach die Website zu oder ärgern Sie einen Angreifer, indem Sie irgendwelchen Blödsinn dort in das Formular eingeben. Da passiert, also wenn Sie da draufklicken, passiert in der Regel eigentlich gar nichts. Muss also noch im Anschluss aktiv werden. So, das ist ein Beispiel, ist beim 6.6., also relativ neu. Das ist beim 7.6., da ist auch wieder ein anderer Hochschulmitarbeiter oder Student auf Phishing hereingefallen mit einem ähnlichen Text. Und ich hoffe, Sie sehen, also diese zwei Phishing-Versuche sind eigentlich ziemlich amateurhaft. Also wenn Sie sowas bekommen, da muss man sich vielleicht nicht jetzt unbedingt drauf reinfallen. So, das hier war schon besser. Da ist auch wieder einer von der Hochschule auf das Phishing reingefallen, dessen Namen wurde verschickt. Und, ja, also die haben es halt noch hier eine saubere, die haben halt noch irgendwie so die Signatur vom Helpdesk drunter gemacht. Da sieht es halt besser aus. Also das hier ist schon ein besseres Phishing, muss man sagen. Aber wie gesagt, die Hochschule fahrt Sie nie auf, Ihr Passwort zu ändern. Das Einzige, was mal kommt, ist, dass nach 180 Tagen das Passwort abläuft. Da bekommen Sie eine Info, aber da können Sie einfach auf dieses setup.hsmitweiter.de gehen, dort das Passwort ändern. In der Regel, wenn Sie dann hier draufklicken, landen Sie sonst wo, aber nicht auf der Hochschule. Ja, und die typische Erkennung von Phishing ist, einfach mal auf die Rechtschreibung achten. Genau, das ist ein guter Hinweis. Und wenn Sie sich unsicher sind, ob eine Mail echt ist oder nicht, also dir, finde ich, ist schon ein ziemlich gelungenes Phishing. Wenn Sie sich unsicher sind, schreiben Sie, wie es hier unten in der Phishing-Mail praktischerweise drinsteht, an it-service.hsmitweiter.de. Das ist das Netzwerk und Kommunik... ne, das ist das Rechenzentrum. Oder rufen Sie es auf die Telefonnummer hier an. Also, was hier steht, ist passenderweise sogar richtig. Ja, und wenn Sie so Phishing bekommen, schicken Sie am besten die Mail einfach weiter an dieses it-service.hsmitweiter.de. Dann wird in der Regel die Webseite gesperrt. Weil dieses Phishing passiert meist auf Webseiten, die von anderen Leuten betrieben werden. Und die möchten natürlich auch nicht, dass so ein Betrugsseiten bei denen betrieben werden. Deswegen werden die in der Regel nach wenigen Stunden gelöscht. Genau, das ist ein Beispiel für eine schlechte Phishing-Website. Ich hatte leider gerade keine bessere mehr zur Hand. Die anderen waren schon alle gelöscht. Ja, jetzt mal noch ein Beispiel für eine seriöse E-Mail. So, was ist hier der Unterschied? Also erstmal, die Mail vor Ort, sie nicht auf das Passwort zu ändern. Also, die vor Ort, sie schon auf das Passwort zu ändern. Aber im Sinne von auf der Hochschul-Website für Leute, die auf das Phishing reingefallen sind. Also zum einen, das ist ein Mitarbeiter vom NCC hier. Daher erseifert in dem Fall. Und hier unten sind auch mal noch zwei Beispielbilder für vielleicht besseres Phishing. Hier hat einer direkt diese Outlook-Web-App-Seite nachgebaut. Aber die Adresse ist natürlich irgendwas mit Weebly. Das ist leider relativ schlechte Qualität hier. Und das hier rechts ist auch ein Formular, was überhaupt nicht nach Hochschule mit weiter aussieht. Dann auch die Adresse ist irgendwas mit applianceaway.com. Also in der Regel, wenn die Web-Adresse nichts mit hsmitweider.de ist, dann ist das hundertprozentig Phishing. So, und wenn Sie Thunderbird verwenden, das hatte ich ja schon mal vorgeschlagen. Thunderbird unterstützt etwas, das nennt sich S-MIME. Das ist so eine Art Signatur, das ist das hier. Wird leider von dem XC hsmitweider-Web-Mailer nicht unterstützt. Da können Sie sehen, alle Nachrichten vom Rechenzentrum sind digital signiert über den DFN-Verein. Und das ist auch ein Indiz, dass die Mail echt ist. Und wie gesagt, wenn Sie unsicher sind, ob die echt ist, Sie können einfach mal im Rechenzentrum auch anrufen und die E-Mail weiterleiten und nachfragen. Genau, und damit ist die heutige Veranstaltung auch zu Ende. Nach gerade mal 60 Minuten. Dann danke ich für Ihre Aufmerksamkeit. Haben Sie noch irgendwelche Fragen? Ja, was sind meine Zulässer von der HSMW? Also das habe ich Ihnen ja gerade gezeigt. Also in der Regel wird das halt genutzt, hier um Werbung zu verschicken. Das heißt, die haben jetzt hier halt einen Zugang zum Hochschulkonto. Außerdem mit dem Hochschulkonto könnte man im Prinzip auch zum Beispiel so auf Sachen zugreifen, wie die Notenlisten und so weiter. Da weiß ich jetzt nicht, ob das, das ist halt auch datenschutzrechtlich irgendwie ein Datenschutzvorfall, der meldepflichtig ist. Genau, und da werden halt weitere Systeme infiziert. Dann wird halt an verschiedene Leute Werbung geschickt, weil die Reputation der Hochschule ist halt gut. Und das heißt, die Werbung wird auch zugestellt. Und solange die Reputation halt gut ist, kann man halt Werbung darüber verschicken und halt, das ist so der Sinn, Werbung verschicken. Und dafür brauchen wir halt die Zugangsdaten. Sie können die Mail auch direkt weiterleiten. Ob Sie jetzt Screenshot machen oder die E-Mail schicken, ist egal. Nein, das 1545, die Vorlesung 1545 findet nicht statt. Es wird immer nur diese 90 Minuten Vorlesung geben. Für das Praktika müssen Sie sich nur einmal anmelden, das ist nur für meinen Überblick. Nochmal zur Ubuntu-Einrichtung. Ja, das kann ich Ihnen nochmal zeigen. Das habe ich ja hier in Moodle offen. Da kann ich Ihnen auch direkt nochmal den Moodle-Link schicken. Das war ja der hier. Ja, und Sie sehen ja hier bei E1 Organisatorisches. Da gehen Sie hier auf Einrichten eines Unix-Terminals Windows und dort wird das alles erklärt. Wenn Sie das irgendwo hängen bleiben, schreiben Sie mir mal eine E-Mail, dann klären wir das noch. Das ist jetzt nicht so kompliziert, sind im Prinzip nur zwei Schritte. Ja, ich werde den Stunden da noch korrigieren lassen. Und zum Thema Tutorien. Das ist noch nicht 100%, ich glaube, es Tutorien geben wird. Ich sage mal so, zu 80% wird es Tutorien geben, aber kann ich Ihnen gerade noch nicht endgültig sagen. Das Tutorien sind quasi so extra Leereinheiten, wo noch eine ständische Hilfskraft von mir die Themen nochmal beleuchtet. Das ist gut, wenn man nochmal Fragen hat. Ah, genau. Und weil es hier gerade einer schreibt, Windows, genau, ab Windows 11 ist Hardware-Virtualisierung zwingend erforderlich. Das liegt daran, dass dort ab Windows 11 wird Hardware-Virtualisierung als Sicherheitsfunktion genutzt. Also ich weiß gar nicht, ob Windows 11 bereits raus ist, aber es gibt zumindest schon die Testversion für Windows 11. Leider läuft das auf den meisten älteren Computern nicht mehr. Also wenn der PC älter als vier Jahre ist, wird es in der Regel nicht laufen. Also auf meinen ganzen privaten Computern wird es nicht laufen, weil da ein paar Sachen nicht unterstützt werden. Die Technik ist zu alt. Deswegen werde ich wohl weiter noch mit Windows 10 leben für die nächsten fünf Jahre, solange es noch unterstützt wird. Ja, dann wünsche ich Ihnen auch ein schönes Wochenende. Das war jetzt ja für uns alle vermutlich hier die letzte Veranstaltung heute. Ja, und wenn es keine Fragen mehr gibt, würde ich mich dann so langsam ausklinken. Das war jetzt bei mir, dass ich auch ein paar Sachen unterbrechen. Das war jetzt einmal so lange meine gro Venture für das ist nicht Einkommen.